Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hallo auch liebe Eudigsee-Gemeinde, herzlich willkommen hier zum Wochenstart nach diesem überaus ereignisreichen, spannenden, ja historischen Wochenende. Nun, bevor ich jetzt zum eigentlichen Thema komme, sofort eine kurze, aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr erfreuliche Meldung zu lesen beim Spiegel. Der Spiegel berichtet nämlich wegen zunehmender Politisierung. Toyota steigt als Top-Sponsor des IOC aus. Einer der größten Geldgeber des internationalen Olympischen Komitees, der Automobilkonzern Toyota, will das IOC nicht mehr sponsoren. Begründung, Sportler stünden nicht mehr an erster Stelle. Toyota beendet bereits als zweiter großer Konzern aus Japan binnen kurzer Zeit seine Kooperation mit dem IOC. Erst zu Monatsbeginn hatte der Elektronikhersteller Panasonic mitgeteilt, seinen am Jahresende auslaufenden Vertrag mit dem IOC nach 37-jähriger Partnerschaft nicht nochmals zu verlängern. Nun, und warum ist das eine aus meiner Sicht so erfreuliche Nachricht? Ganz einfach, weil sich an dieser Stelle einfach mal wieder bewahrheitet, dass der Markt allem anderen komplett und vollständig überlegen ist. Da der Markt, ja, jedem Einzelnen die Möglichkeit bietet, direkt und unmittelbar auf ihm genehme oder eben auch nicht genehme Entwicklungen Einfluss zu nehmen, indem man sich nämlich entscheidet, wohin man sein Geld fließen lässt oder eben nicht fließen lässt, ja. Ja, Sie kennen das ja, Go Woke, Get Broke. Wir hatten das ja in der Vergangenheit und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal, wenn es, auch wenn es mir schwerfällt, an die ja überaus diversen Eröffnungsfeierlichkeiten der Olympischen Sommerspiele erinnern, die werden ja vermutlich einen Großteil der Zuschauer mindestens irritiert, wenn nicht gar angewidert zurückgelassen haben. Und wenn ich nun der, ja, Lenker eines Wirtschaftskonzerns bin, ja, der noch, ich sag mal so, alle Latten am Zaun hat, ja, dann möchte ich mit solchen Zeremonien eher ungern in Verbindung gebracht werden. Ja, so ist das halt. Ja, was soll man sagen? Ich freue mich. Zurück nach Deutschland und zurück nach Thüringen. Das war ja das, ja, bestimmende Thema, wenn Sie so wollen, der letzten Woche, die konstituierende Sitzung im Thüringer Landtag. Ja, und Sie alle haben es ja mitbekommen, im zweiten Anlauf ist sie dann geglückt. Ja, endlich konnte sich das Parlament konstituieren. Und Landespräsident ist, nachdem die Geschäftsordnung den Vorstellungen der Verliererparteien entsprechend geändert worden ist, äh, Thaddeus König von der CDU. So, und an dieser Stelle vielleicht ein klitzeklitzekleines Ratespiel, nämlich, wer hat's gesagt? Folgendes Zitat. Hören Sie aufmerksam zu. Das Vorschlagsrecht für den Präsidenten des Thüringer Landtags liegt bei der stärksten Landtagsfraktion. Gemeinhin akzeptierter Brauch in allen Parlamenten ist, dass der vorgeschlagene Kandidat auch gewählt wird. Ja, so viel sei gesagt, das hat nicht Herr Treutler gesagt. Es hat auch nicht Björn Höcke gesagt. Und Alice Weidel hat es auch nicht gesagt. Nein, es war, Sie werden es kaum für möglich halten, Mike Mohring. Das war der damalige Fraktionsvorsitzende der CDU in Thüringen. So, und meine Damen und Herren, weil es wirklich so schön ist, möchte ich an dieser Stelle die CDU-Pressemitteilung vom 9.11.2018 zitieren. Und jetzt, meine Damen und Herren, hören Sie wirklich genau zu und idealerweise halten Sie sich auch noch am Stuhl fest, damit Sie nicht von eben jenem kippen. Ich zitiere. Ein ungewöhnlicher Vorgang, der gegen alle parlamentarischen Gepflogenheiten verstößt. Das ist nach den Worten des CDU-Fraktionsvorsitzenden Mike Mohring die heute gescheiterte Wahl des Landtagsabgeordneten Michael Heim zum Präsidenten des Thüringer Landtags. Mohring warf den Landtagsfraktionen der Linken, der SPD und Bündnis 90 Grüne vor, sich als moralische Instanz aufzuspielen und heimöffentlich beschädigt zu haben. In geheimer Abstimmung hatten heute 40 Abgeordnete für den Für und 48 gegen den von der CDU-Fraktion für das Amt des Landtagspräsidenten vorgeschlagenen meiniger Abgeordneten votiert. Das Vorschlagsrecht für den Präsidenten des Thüringer Landtags liegt bei der stärksten Landtagsfraktion. Gemeinhin akzeptierter Brauch in allen Parlamenten ist, dass der vorgeschlagene Kandidat auch gewählt wird. Laut Mohring untergräbt es die parlamentarischen Spielregeln, wenn die Linkskoalition sich nun ein Auswahlrecht anmaße, welcher Abgeordneten die CDU-Fraktion vorschlagen dürfe. Der CDU-Fraktionschef erinnerte daran, dass die CDU in dieser Wahlperiode die Vorschlagsrechte der Mehrheitsfraktionen und ihre Kandidaten stets respektiert und gewählt habe. Mohring betonte, dass die Wahl eines Landtagspräsidenten grundsätzlich keine Angelegenheit sei, die der Logik von Regierungsmehrheiten und Opposition folgt. Der Präsident werde von allen Abgeordneten gewählt, um das Parlament in seiner Gesamtheit zu vertreten. Es ist nach seiner Überzeugung absurd, wenn Abgeordnete anfingen, sich gegenseitig ihre Beiträge in Plenardebatten vorzuwerfen. Dafür werden sie gewählt, schloss der CDU-Fraktionschef. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen es ja alle, es war ja auch ein CDUler, der da einst gesagt hat, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Ja, und ich glaube, dieser Ausspruch, der ist wirklich eins zu eins in die, wenn Sie so wollen, DNA der CDU eingeflossen. Also derartige 180-Grad-Wendungen haben wir ja, insbesondere in den Merkel-Jahren, oft genug erleben dürfen. Ja, nun ist er halt gewählt, der CDU-Landtagspräsident, was aber nicht heißt, dass diese Shitshow, die sich da seit Donnerstag in Thüringen abgespielt hat, hiermit zu Ende wäre. Nein, meine Damen und Herren, ich glaube ganz im Gegenteil, diese Shitshow nimmt jetzt erst noch mal so richtig an Fahrt auf und es wird jetzt noch mal so richtig auf die Tube gedrückt. So, da möchte ich mal zitieren aus der SZ. Vielen von Ihnen ist sie auch bekannt als Alpenpravda und die schreibt zum Beispiel, hören Sie genau zu, Deutschland, die Einfallstore für die AfD müssen geschlossen werden. Im Thüringer Landtag versuchen die Rechtsextremisten, den Staat zu zersetzen, nachdem die anderen Parteien ihnen fahrlässig den Raum dafür gelassen haben. Das darf sich in anderen Bundesländern und im Bund nicht wiederholen. Ja, ich nenne das Kommunistensprech von seiner schäbigsten Seite. Ja, sei es wie es ist, aber gut, ich schätze mal, dass das Wahlergebnis, also insbesondere das aus Thüringen, ja, der Regiempresse immer noch zu schaffen macht. Also dieses Wahlergebnis scheint man wohl offenkundig noch nicht wirklich verdaut zu haben. Ja, also 32,8 Prozent für die AfD. Ja, und schon gehen sie nämlich los, diese Versuche, die Einfallstore zu verschließen, meine Damen und Herren. Ich zitiere aus Apollo News. Thüringen, durch Änderung der Geschäftsordnung. AfD wird Sperrminorität in Ausschüssen verwehrt. Im neuen Thüringer Landtag hat die AfD mehr als ein Drittel der Sitze und damit in wichtigen Fragen eine Sperrminorität. Sperrminorität. Genau diese Sperrminorität verliert sie nun aber in den Ausschüssen. Denn durch eine Geschäftsordnungsänderung haben die anderen Parteien am Samstag auch die Berechnungsmethode für die Ausschussbesetzung geändert. Ja, dass man Wiebke Musal, die ja eigentlich vorgesehen war, für den Posten der Landtagspräsidentin am Samstag nicht zur Landtagsvizepräsidentin gewählt hat, ja war natürlich zu erwarten. Ja, genauso wie die Entscheidung des Landesverfassungsgerichtes ich sag's mal so, nur noch wirklich jene überrascht hat, die immer noch an die Existenz einer unabhängigen Justiz beziehungsweise eines Rechtsstaates glauben. Dabei wirft dieser ganze Vorgang, den wir jetzt hier beobachtet haben, der in der, ich sag's mal so, in der Mittelstreitpresse mehr oder weniger geschlossen als gerade so verhinderte Machtergreifung uminterpretiert wird, ja gewisse Fragen auf. Ja, zum einen sei da natürlich die, wie soll ich sagen, diese personelle Zusammensetzung des Landesverfassungsgerichtes genannt. Also sechs dieser Richter haben wohl einen Parteibuch und keiner dieser Richter hat selbstverständlich ein AfD-Parteibuch. Nein, es sind ausschließlich CDUler, SPDler, Grüne oder Linke. Ja, und insbesondere der CDU-Politiker beziehungsweise das CDU-Mitglied Jörg Geibert, ja, wirft Fragen auf. Denn dessen Sohn, Lennart Geibert, ist ja mittlerweile für die CDU im Thüringer Landtag vertreten. So, und ich weiß nicht, da gab's doch irgendwann mal so eine, so eine, wie sagt man das, so eine Begrifflichkeit, Befangenheit. Genau, Befangenheit war es. So, und diese Befangenheit, die trifft dann zu, wenn Familienmitglieder involviert sind in einen Rechtsstreit. Also ein Richter müsste sich eigentlich für befangen erklären, wenn er über einen Familienmitglied zu urteilen hätte. Und das ist ja in dem Fall irgendwie der Fall. Aber gut, komm, lassen wir das. Es ist, wie es ist. Ja, und zum anderen, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob sie es mitgekriegt haben, aber in den sozialen Medien, das ist auch sehr rülkig, kursiert jetzt seit Freitag, Samstag so eine Prozessvollmacht, ja. Und diese Prozessvollmacht, die wurde ausgestellt von Mario Vogt. Und diese Prozessvollmacht, die wurde ausgestellt von Mario Vogt genau einen Tag vor dieser Schmierenkomödie im Thüringer Landtag, am Donnerstag, nämlich am 25.09. Und aus dieser Bevollmächtigung geht hervor, dass er, also Mario Vogt, Professor Philipp Austermann bevollmächtigt, ihn in Verfassungsstreitfragen anlässlich der 8. Konstituierung des Thüringer Landtages vor dem Verfassungsgerichtshof zu vertreten. Also entweder ist Mario Vogt ein überaus weitsichtiger Mann oder ein feinfühliger Mann. Vielleicht hat er da ja was geahnt. Ja, oder Mario Vogt hat vielleicht auch etwas geplant und hat genau gewusst, dass das, was am Donnerstag uns allen präsentiert worden ist, genau so kommen wird. Ja, meine Damen und Herren, und an dieser Stelle, weil es in den Mainstream-Medien ja leider Gottes so selten geschieht, möchte ich Herrn Torben Brager zu Wort kommen lassen, der diesen ganzen Vorgang, diese ganze Entscheidung des Verfassungsgerichtes in Thüringen wie folgt kommentiert. Also Torben Brager, das war, ist der Thüringer AfD-Vize, der hat eben auch da im Landtag am Donnerstag diese Verhandlungen zwischen den Geschäftsführern da für die AfD geführt. Hören Sie genau zu. Der Verfassungsgerichtshof in Weimar hat, wenig überraschend, zur Hälfte im Sinne der Antragsteller entschieden. Der Beschluss führt zwar die dringend notwendige Klarheit herbei, die zur Fortsetzung der Konstituierung dringend erforderlich war, ist in der Sache aber falsch. Das Gericht führt etwa langatmig zur Rolle des Präsidenten aus und dazu, dass Vorschläge für dieses Amt selbstverständlich auch von anderen als der stärksten Fraktion kommen dürfen. Zweifelsohne spannende Ausführungen, die aber überhaupt nicht Gegenstand der Anträge an das Gericht oder dieses Rechtsstreits waren. Man gewinnt den Eindruck, das Gericht habe sich auf eine gänzlich andere Auseinandersetzung vorbereitet und wolle die mühsam ausgearbeiteten Satzbausteine unbedingt unterbringen und wenn sie für den hier gegenständlichen Sachverhalt ohne jede Bedeutung sind. Das Gericht äußert sich hingegen überhaupt nicht zum tatsächlichen Sachverhalt, nämlich zum Ablauf der Sitzung am vergangenen Donnerstag. Es behauptet wahrheitswidrig, dass Alterspräsident Treukler die Feststellung der Beschlussfähigkeit verweigert hätte. Dies ist nachweislich falsch. Auf die Störungsversuche, die zu mehreren Unterbrechungen und letztlich zum Abbruch der Sitzung führten, bevor es zur Feststellung der Beschlussfähigkeit kommen konnte, wird überhaupt nicht eingegangen. Auch mit der vom Bundesverfassungsgericht erst am Montag aufgestellten Schranke, wonach Fragen zur Auslegung der Geschäftsordnung nur dann Gegenstand einer verfassungsgerichtlichen Auseinandersetzung seien, wenn die im Parlament erfolgte. Auslegung offensichtlich willkürlich, Entschuldigung, jetzt habe ich mich verlesen, Moment. Auch mit der vom Bundesverfassungsgericht erst am Montag aufgestellten Schranke, wonach Fragen zur Auslegung der Geschäftsordnung nur dann Gegenstand einer verfassungsgerichtlichen Auseinandersetzung seien, wenn die im Parlament erfolgte Auslegung offensichtlich willkürlich war, beschäftigte sich Weimar überhaupt nicht. Zweifelsohne, weil dies eine Entscheidung, wie sie hier letztlich getroffen wurde, offenkundig verunmöglicht hätte. Ja, meine Damen und Herren, sei es, wie es ist. Also wir stellen an dieser Stelle wieder einmal fest, die Altparteien sind gewillt, wirklich alles, aber auch wirklich alles in die Waagschale zu werfen, ja, was sie noch haben oder was sie noch werfen können. Also sie schrecken hier mittlerweile vor rein gar nichts mehr zurück. Ja, und jetzt soll auch wieder ein, Sie haben es ja wahrscheinlich mitgekriegt, ein neuer AfD-Verbotsantrag eingebracht werden. Ja, und gestern hieß es dazu bei Welt, ich zitiere kurz, genug Abgeordnete zusammen. Bundestag wird AfD-Verbotsantrag diskutieren. Mindestens 37 Abgeordnete von SPD, CDU, Grünen und Linken bringen einen Antrag in den Bundestag ein, der es in sich hat. Das Bundesverfassungsgericht wird aufgefordert, die AfD als verfassungswidrig einzustufen und damit zu verbieten. Die Forderung ist innerhalb der Fraktion umstritten. Ja, und warum diese Forderung so umstritten ist, das wird heute bei NTV einigermaßen klar erläutert. Diskussion über Verbotsverfahren. Schmidt-Denker, Freispruch wäre Ritterschlag für AfD. Ein weiteres Mal nimmt die Debatte über ein mögliches AfD-Verbot Fahrt auf. NTV-Reporter Holger Schmidt-Denker erklärt, welche Chancen sich die Initiatoren ausrechnen und wie die AfD sogar von einem Verbotsverfahren profitieren könnte. Ja, ich glaube, diese Diskussion um das Verbotsverfahren, das wird jetzt einzig und allein nur deswegen aus der Taufe gehoben, weil man sich davon verspricht, gewisse Wähler abzuschrecken oder auch Leute, die jetzt in Erwägung ziehen könnten, der Partei eventuell beizutreten. Ja, das ist ja auch so eine Sache. Personalpolitik, es ist ja immer wieder schwierig, Personal zu finden und ja, wenn man dann schon hingeht und eine Partei so stigmatisiert, einzig und allein dadurch, dass das überhaupt im Raum steht, dass diese Partei verboten werden könnte, ja, dadurch schreckt man natürlich Leute ab, die vielleicht noch eine bürgerliche Existenz haben und diese eventuell aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der AfD verlieren könnten. Ja, die AfD inhaltlich zu stellen, ist ja in den letzten Jahren offenkundig nicht gelungen und ich sag's mal so, kann auch gar nicht gelingen, wenn man denn an der eigenen Politik festhalten möchte und das möchte man wirklich überall in jeder Partei, die diese AfD überhaupt erst groß hat werden lassen. Ja, meine Damen und Herren, vielleicht noch ein kurzer abschließender Blick auf Thüringen auf, wenn, wie gesagt, die Shitshow da noch weitergehen wird und wir das Thema vielleicht nicht ganz aus den Augen lassen sollten, aber ich bin mir doch, ja, nach diesen vergangenen Tagen ziemlich sicher, dass diese, ja, durch die CDU und das BSW initiierten Vorgänge letzten Endes deren, ja, ersten Sargnägel darstellen. Ja, also, das BSW, ja, hat sich ja jetzt wirklich in Lichtgeschwindigkeit, ja, also wirklich ohne mit der Wimper zu zucken, als, wie soll ich das jetzt formulieren, ja, systemkonformistische Mehrheitsbeschafferpartei der etablierten Parteien erwiesen und damit dürfte der Nimbus, ja, eine alternative Partei zu sein, also komplett weggeweht sein, ja. Und was die CDU betrifft, also die CDU und das hatten wir, also diese Feststellung, die haben wir ja in der Vergangenheit schon öfter gemacht, die hat sich in ein wirklich unauflösbares Dilemma manövriert. Also möchte, also die CDU ist ja, wie gesagt, das stellen wir jetzt alle fest, wir sehen es ja jetzt alle mit eigenen Augen, die CDU ist ja jetzt, wie gesagt, auf Gedeih und Verderb diesen linksrot-dunkelroten, diesem linksrot-dunkelroten Parteienblock ausgeliefert, ja, also die FDP gibt es nicht mehr und wenn man irgendwie in irgendeiner Art und Weise an der Macht bleiben will, ja, da muss sich die CDU entsprechend anpassen, ja. Also ich denke schon, dass die Sozialisten der anderen Parteien das sehr, sehr genau wissen und das werden die CDU auch sehr, sehr genau spüren lassen. Also um jetzt wirklich an der Macht zu bleiben, ist die CDU natürlich darauf angewiesen, jede noch so sozialistische Traumtänzerei mitzumachen und jeden noch so wirtschaftsfeindlichen Schwachsinn mitzutragen. Ja, also das ist jetzt deren Ausgangslage. Wie gesagt, die lagen da irgendwo bei 23,4 Prozent und das werden jetzt auch nicht mehr Prozent werden, ja, wenn man sich denn dann jetzt vorstellt, ja, welchen Vorstellungen sich diese Partei jetzt wird unterordnen müssen. Und die große Frage ist an dieser Stelle selbstverständlich auch, ob das diese Partei, ob das die Partei überhaupt aushält, ja, also nicht nur in Thüringen, sondern bundesweit, ja, dass man sich dann, wie gesagt, so wird entstellen müssen, ja, dass eigentlich am Ende nur noch die AfD davon wird profitieren können. Ja, also ich habe so gewisse Zweifel, dass die CDU aus dieser Nummer wirklich halbwegs unbeschadet herauskommt. Ich könnte mir tatsächlich wirklich in dieser Situation vorstellen, dass es da zu ganz, ganz großen Absatzbewegungen kommen wird und dass wahrscheinlich nicht geringe Teile der CDU in Thüringen die Partei verlassen werden und sich vielleicht sogar denken, ja, komm, warum gehe ich jetzt nicht einfach zur AfD? Die sind nicht ganz so verstrahlt und die sind den Linken auch nicht ganz so ausgeliefert, ja. Meine Damen und Herren, diesbezüglich ist wirklich alles offen. So, und an dieser Stelle möchte ich abschließend noch mal Roderich Kiesewetter eben von der CDU zitieren. Der hat nämlich bei Lanz Folgendes gesagt. Ich wage zu prophezeien, wenn wir in eine Koalition mit dem BSW gehen, dann wird entweder das BSW unglaubwürdig, weil wir keine Bundesratsinitiativen machen, oder die Union wird unglaubwürdig. Deshalb kann ich davor nur warnen. Ja, und so wie Herr Kiesewetter sehen das meiner Meinung nach auch etliche andere Mitglieder, die sich jetzt an den Kopf fassen werden, wo sie jetzt feststellen, in was für einer Ausgangssituation sie sich bewegen. Also, wie gesagt, ich denke, diese ganze Schmieren-Komödie, die wirkt auf mich jetzt mehr oder weniger wie so ein Führersieg, ja, der dafür gesorgt hat, dass jetzt gerade noch mal ein Landtagspräsident der AfD verhindert worden ist, wobei der wäre sowieso nicht gewählt. Ich meine, ab der dritten Abstimmung hätte sowieso jede Fraktion ein Vorschlagsrecht gehabt und man hätte in den ersten beiden Wahlgängen Wiebke Musay nicht gewählt und im dritten Wahlgang wäre es dann so gewesen, dass dann, wie gesagt, die CDU beispielsweise einen Vorschlag gemacht hätte. Ja, also, warum man dieses Affentheater aufgeführt hat, ich weiß es nicht. Also, mir fehlt da jede logische Erklärung. Also, vielleicht hatte man ja wirklich Zweifel, dass die eigenen Mitglieder hier bei der Abstimmung diszipliniert genug sind und sie, also Wiebke Musay, vielleicht doch gewählt hätten. Ich, wie gesagt, weiß es nicht. Aber, ja, letzten Endes glaube ich nicht, dass das der CDU auf lange Sicht etwas gebracht hat und selbstverständlich glaube ich auch nicht, dass das dem BSW etwas gebracht hat. Also, wie gesagt, die Entzauberung des BSW ging rasend schnell und das werden auch die Wähler vermutlich festgestellt haben. Ja, wollte ich dazu noch irgendetwas sagen? Nein, ich glaube nicht. Belassen wir es dabei für heute, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen mal wieder ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie hier eingeschaltet haben. Und falls Sie es noch nicht getan haben, meine Damen und Herren, dann abonnieren Sie diesen Kanal gerne. Lassen Sie einen Daumen da, lassen Sie einen Kommentar da. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich lese auch die allermeisten. Ja, und falls Sie uns irgendwie unterstützen möchten, dieses Format unterstützen möchten, ja, dann werden Sie Kanalmitglied oder lassen Sie einfach einen Super-Sang-Star. Uns würde das freuen. Und ganz, ganz besonders würde uns freuen, wenn Sie sich dieses Heft einmal anschauen werden. Eigentümlich frei. Das ist die neue Ausgabe. Titelthema Wird Zensur das neue Normal? Die weltweiten Attacken auf die Meinungsfreiheit. Darin, meine Damen und Herren, finden Sie viele, viele sehr, sehr libertäre Artikel, die Ihnen die Welt erklären. Also legen Sie sich dieses Heft zu, zu kaufen bei ef-magazin.de als Einzelausgabe, als Schnupperabonnement oder eben auch direkt als Jahresabonnement. Ja, meine Damen und Herren, falls Sie es noch nicht wissen, ich beabsichtige der größte Schlagerstar, dieses Universums zu werden. Und damit das auch glückt, bitte ich Sie, mich dabei zu unterstützen, indem Sie einfach auf dieses Video hier klicken, Steuern sind Raub oder auf dieses Video hier, Ich lieb CO2. Ja, schauen Sie sich die Videos an und teilen Sie diese mit ganzer Welt, äh, mit aller Welt. Ich denke, wir sehen uns dann leider erst nächste Woche Montag wieder. Das Dachtegen wird diese Woche leider aus, da ja Donnerstag Tag der Deutschen Einheit ist und Freitag bin ich nicht in der Redaktion. Also, bis nächste Woche Montag. Alles Gute, bis dann und tschüss. Bis dann, bis dann.